Wir reden oft während unserer Meetings über die Menschen, und wir reden über das Einzigartige, was passiert, wenn diese Menschen an einem gewissen Punkt angelangt sind und zusammenkommen. Es geht um den Unterschied, den das macht, und ich weiß, dass dir das sehr wichtig ist. Denn, als ich dich zum ersten Mal traf und wir in Florida zusammen saßen, hast du mir erklärt, wie wichtig Synergie ist. Nach deinen Ausführungen habe ich verstanden, welche Auswirkungen Synergie auf eine Gruppe Menschen haben kann. Wenn du uns dazu etwas erzählen könntest, wäre das wunderbar. Synergie und Kultur liegen mir sehr am Herzen. Ich glaube, dass jede tolle Organisation, Mannschaft oder Person davon profitiert. Synergie ermöglicht es, dich innerhalb einer Gruppe von Menschen zu positionieren, um mit anderen zusammen etwas zu schaffen. Etwas, das sie niemals allein schaffen würden. Schon Napoleon Hill sagte, dass der Verstand zweier Personen zusammengenommen einen dritten, mächtigeren Verstand ergibt. Sie erledigen Dinge besser mit jemandem an ihrer Seite, weil sie anfangen, anders zu denken. Deswegen wollten wir eine Umgebung schaffen, die Synergien fördert. Und diese Umgebung sollte die richtigen Leute anziehen. Deswegen halte ich Kultur für die DNS eines Unternehmens. Sie zeigt auf, wer man ist und wer man nicht ist. Deswegen ist Kultur so wichtig. In großartigen Organisationen und großartigen Unternehmen gehört die Kultur zu den wichtigsten Dingen. Mit Kultur können Sie aber kein Unternehmen gründen. Dazu braucht man einen Vergütungsplan, Training und Produkte, die Sie entwickeln können. Kultur ist organisch und entsteht im Laufe der Zeit. Das Ganze muss bei mir beginnen. Dann muss es das Management durchdringen. Zum Schluss schlägt es durch und beginnt die richtigen Leute anzuziehen. Ich höre immer wieder von Menschen, die sich unsere Unternehmen anschauen, dass die Menschen, die wir anziehen, sich vom Rest der Direktvertriebsindustrie unterscheiden. Sie sind einen Schritt weiter, haben Klasse, die richtigen Leute eben. Deswegen glaube ich, dass Kultur einen großen Unterschied macht. Kultur beginnt damit, wie Menschen behandelt werden. So einfach ist das. Und wir tun eine Menge dafür, ihnen mittels Persönlichkeitsentwicklung dabei zu helfen, eine bessere Version ihrer selbst zu werden. Wir glauben sehr daran, zurückzugeben, indem wir einen Unterschied im Leben anderer Menschen machen. Deswegen unterstützen wir Big Brothers Big Sisters. Denken Sie an all diese Kinder. Sie bekommen einen Mentor, auch wenn Sie mit Drogen dealen oder Mitglied einer Gang sind. Ihre Eltern haben die Hand gehoben und gesagt, wir haben ein Problem mit der Erziehung unserer Kinder. Könnt ihr uns helfen? Dann kommen wir, geben Geld und finden Freiwillige, die zu Mentoren werden. So wurden wir zu einem der größten Unterstützer von Big Brothers Big Sisters. Es ist wichtig, den eigenen Überfluss zu teilen. Kleidung im Schrank, die nicht mehr getragen wird. Geld, das nicht mehr benötigt wird. Wenn Sie selbst geben, fühlt sich das gut an. Wir starteten Live Happy und sind Teil der Lebe-Glücklich-Bewegung. Davon ausgehend formierten wir IPAN, ein internationales Netzwerk zur positiven Erziehung. Hier kommen Top-Psychologen von Spitzenuniversitäten zusammen, um beispielsweise Schulsysteme zu verbessern. All das dreht sich um das Zurückgeben und dass es anderen Menschen gut geht. Make people better. Eben. Und Sie selbst werden dabei ebenfalls besser. Damit ziehen Sie die richtigen Leute an. Und so schaffen Sie Kultur. Daraus entsteht die DNS Ihres Unternehmens. Wenn Sie so vorgehen und die Menschen zusammenbringen, bekommen Sie Synergie. Und es passieren wundervolle Dinge. Ich sage immer, wenn eine Person mit uns startet und sich deren Geschäft nach etwa einem Jahr nicht so entwickelt hat, wie erwartet, dass das noch kommt, weil jeder seinen eigenen Weg gehen muss. Trotzdem war die Zusammenarbeit mit uns bis dahin alle Zeit und Engagement wert, weil wir so viel in unsere Kultur investieren. Nicht nur in der Zentrale, sondern auch draußen im Vertrieb. Beides kombiniert schafft diese synergetischen Momente, in denen Menschen zusammenkommen und gegenseitig positiv aufeinander wirken. So verändert man das Leben der Menschen. So entsteht der Grundstein unseres Unternehmens. Wir haben die Produkte. Wir haben die Chance. Wir haben das Training. Alles, was die Menschen brauchen, um ihr Geschäft aufzubauen. Doch der Grundstein ist die Kultur, die bestimmt, wer wir sind, wen wir anziehen und was den Unterschied macht. Und damit wären wir wieder bei Make People Better. Toll, dass du das sagst, denn am Ende des Tages ist es das Wichtigste. Du kannst die besten Produkte der Welt haben. Wenn deine Kultur armselig ist, will niemand ein Teil des Ganzen werden. Egal wie gut die Produkte funktionieren, niemand will mitmachen und das Geschäft mit aufbauen und vorantreiben. Was ich an dir bewundere, Jeff, ist, dass du dich selbst verpflichtet hast, dass dieses Unternehmen immer eine gesunde Kultur lebt. Menschen können dazu stoßen, ihr Bestes geben und dabei sogar sich selbst noch verbessern. Und während sie darüber reden, kommen all diese Elemente zusammen. Das alles schafft Timing, einen Moment und darüber hinaus ein Zeitfenster, aus dem wir einen Vorteil für uns ziehen können. Lass uns ein bisschen mehr über den Faktor Timing reden und warum Timing so wertvoll für unsere Zuschauer ist. Darüber sollten wir gleich sprechen. Ich freue mich drauf.